Hallo zusammen, hier ist wieder Geiland, hier wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es leider nicht um einen Mount, welches wir uns im Spieler spielen können, sondern eins, wo wir ein paar Euronen in die Hand nehmen müssen. Und ja, ich will es euch trotzdem vorstellen, hat einfach den Hintergrund für die Leute, die alle Mounts collecten und das dann vielleicht auch sonst verpassen, dass ihr so ein bisschen auf dem aktuellen Stand seid. Was für ein Mount ist das? Wir haben hier einmal diesen Frost-Elementar, wo ich mich schon drauf befinde, und zwar Bezähmt der Blizzard heißt der. Und ja, das ist nicht nur ein Boden-Mount, sondern das kann auch fliegen, wie ihr seht. Hat eine ganz coole Flug-Animation, wie ich finde. Ich frage mich zwar, wie man da nicht runterfliegt, wenn das so nach vorne fliegt, man ist da irgendwie so schräg drauf. Okay, so viel dazu. Und wir haben auch ein ganz nettes Mount-Special, das zeige ich euch jetzt auch einmal. Machen wir mal ein Mount-Special und ihr seht, das jongliert hier so ein bisschen mit Schneebellen. Wo kriegen wir das Ding her? Naja, wir müssen dafür einmal ein bisschen Kohle in die Hand nehmen. Und zwar ist es ja bald BlizzCon. Und dazu gibt es wieder ein paar Goodies. Dieses Jahr scheint es so zu sein, dass man das Online-Ticket quasi kostenlos mitnehmen kann, also die BlizzCon anschauen kann. Es gibt aber ein Goodie-Bag, das man vor Ort, wenn man auf der BlizzCon ist, bekommt. Und da sind natürlich ein paar Sachen auch dabei, die ingame sind. Und da ist dieses Mount auch mit dabei. Ihr kriegt die aber auch, wenn ihr nicht zu BlizzCon fliegt, weil dieses BlizzCon-Ticket, wenn ihr quasi vor Ort seid, ist natürlich relativ teuer. Und es gibt im Shop mittlerweile auch zwei Pakete für BlizzCon-Collection. Schimpfen sich die einfach, das ist quasi nicht das Ticket. Aber man kann diese Goodies, die die Leute, die auf die BlizzCon selbst fahren, quasi da auch bekommen. Und da gibt es zwei Versionen, einmal episch und einmal das legendäre Paket. Gleich schon vorweggenommen, wenn ihr das Mount haben wollt, das ich euch eben gezeigt habe, braucht ihr das legendäre Paket. Heißt, ihr zahlt dafür 50 Euro. Muss jeder wissen, ob es das für einen wert ist. Dabei sind noch ein paar andere Sachen. Unter anderem kriegt man noch ein Pad und ein Teufel-WOW. Das ist so eine Flagge, die man aufstellen kann. Und es gibt noch einen Haufen andere Sachen für andere Spiele. Für Diablo gibt es hier nur einiges. Für Hearthstones, für dieses Warcraft Rumble ist es, glaube ich. Da haben wir noch, glaube ich, Overwatch mit dabei. Also wenn ihr mehrere Spiele spielt und so Sachen collectet, ist das, denke ich, mal eine schöne Sache. Und ja, für WoW gibt es dann halt, wie gesagt, ein Toy, ein Mount und ein Pad. Und hier unten könnt ihr dann nochmal ein bisschen unterscrollen und sehen, okay, was ist quasi enthalten in der epischen Version und was gibt es in der legendären Version. Es sind natürlich alles nur kosmetische Sachen und dementsprechend komplett optional. Wenn ihr das Mount unbedingt haben wollt, kostet euch das Ganze halt, wie gesagt, 50 Tacken. Muss dann immer jeder so ein bisschen selber wissen. Ich als Sammler habe es mir halt natürlich gekauft, weil ich die Collection vollständig haben will. Cool ist es diesmal, dass die Leute, die einfach nur die BlizzCon anschauen wollen, das anscheinend, so wie ich das mitbekommen habe, jetzt auch können, ohne was zahlen zu müssen. Und diese Leute, die Collections haben wollen, können sich dann halt separat entscheiden, okay, gebe ich Geld für Collections aus oder gebe ich es halt eben nicht aus, weil ich mir das nicht einsehe, hier dann nochmal Geld quasi für ein paar Pixel auszugeben. Aber das ist ja für jeden dann selbst die Entscheidung, die er treffen kann. Und ja, damit sind wir eigentlich so, was das Mount angeht, durch. Jetzt kann ich euch noch kurz das Pad zeigen. Jetzt schauen wir mal, wenn wir BlizzCon eingeben, ob es da auch kommt. Ah, nee, da kommt es nicht irgendwas mit Iser... Isergel... Ah, da haben wir es. Also das hier ist das Pad. Da haben wir das nette Pad. Das gibt es aber auch dann, wenn ihr die kleine Version kauft, und dann gibt es noch diese Standarte, dieses Toy. Aber da werde ich nochmal ein eigenes Video in meiner Toy-Reihe machen. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Video-Guide. Habt mich gefällt, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.